Guten Abend miteinander, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Abend hier bei uns im Heiteren Saal. 15 Beiträge oder so, und zwar vom Feinsten. Die Stiefbrüder von meinem Papa, Armin, die bis jetzt drei Mal im Ausland war, und zwar jedes Mal im Europa-Park in Rust. Ich will den Sturm mit dir durchdähen, ich will den Sturm mit dir durchdähen. Und wenn mein Herz fast verspringt, wenn meine Seele vor Freude singt, ja, dann bin ich unterwegs, hey, zu dir. Da hat aber der Meistersende Sauludi extra anig den Melchstuhl da oben in der Alphütte noch vergessen. Und am Abend da hat er zu dem kleinen Handbub gesagt, sorry, ich habe den Melchstuhl vergessen. Nimmst einen reichen, wirst du geirig, nimmst einen armen, knurrt den Bauch. Nimmst einen alten, wirst du tattrig, und mimmst einen Jungen, der will den Gang. Aber im ganzen Ausland, du kannst mir sagen, er ist ja fett, da hat's irgendwo da drin noch eine verdammte Lametta. Der könnte die Lametta an Christbaum herrhecken, und wenigstens mir selber etwas zu Weihnachten checken. Stattdessen kann ich mir nur kurz ablecken, und weiss nicht, über was ich in der Fahne soll denken. Kutze, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht so genau, als ich würde alles erdrehen. Also, sag mir was, wenn der Säge für das, gib mir irgendjemand irgend so einen Petersfisch. Von Breitsch, von Breitsch bis hier, kann man den Song fünfmal hören, im Velo. Das habe ich gemacht, und das ist dabei rausgekommen. Ein Geschenk ist noch übrig. Papa, das ist für dich. Echt? Was ist, ist ein Aschenbecher? Nein, etwas Besseres. Sorry, ich kann das nicht anlegen, ich brauche den Wind in den Haaren beim Velo fahren. Wir können dem Kollektivfreiraum mindestens 7'380 Franken übergeben. Herzlichen Dank euch an, merci vielmals. Wow, hey, unglaublich. Merci vielmals, euch allen. Herzlichen Dank, kommen wir doch alle zufrieden. Merci vielmals. Vielen Dank, kommen wir doch alle zufrieden. Vielen Dank, kommen wir doch alle zufrieden.